Hallo! Wir machen eine Ausbildung im Bereich Berufsmanagement und sind im zweiten Ausbildungsjahr. Es handelt sich um eine dreijährige Ausbildung und hast du zuvor eine einjährige Berufstagsschule besucht, wie höhere Handelsschule, kannst du direkt im zweiten Ausbildungsjahr starten. Die Ausbildung findet viermal in der Woche im Betrieb statt und einen Tag in der Berufsschule. Im ersten Ausbildungsjahr sind es sogar zwei Berufsschule. Die praxisnah und wichtig ist die Berufsschule für unsere Ausbildung und ich möchte euch an einer nachtspäten Situation zeigen. Veters, hallo? Moin Frau Grewe. Ja, Frau Scherler sitzt mir gegenüber. Hallo Frau Scherler. Hallo Frau Grewe. Sie können sich doch an die letzte Teamnitzung erinnern, auf der wir besprochen haben, in ca. vier Monaten einen Tag der offenen Tür zu veranstalten. Ja, das können wir. Ja, das können wir. Ich möchte Sie beide bitten, während meiner Abwesenheit schon mal eine Checkliste zu erstellen, auf was wir bei der Organisation eines solchen Tages so alles achten müssen. Da es das erste Mal für unser junges Unternehmen ist, dass wir so einen Tag der offenen Tür veranstalten, sollten wir früh genug mit den Planungen beginnen. Ich kann mich erinnern, in Ihren Berichttesten gelesen zu haben, dass Sie sich in der Berufsschule schon mal Ähnliches gemacht haben. Nicht im Montag bin ich zurück und würde mich freuen, erste Planungsvorschläge von Ihnen zu hören. Viel Erfolg, Planung, bis nächste Woche. Ich muss jetzt auflegen, da ich gleich ein dickes Kundenfressen habe. Tschüss. Alles klar, wir tun unser Bestes. Tschüss. Puh, kannst du dich daran erinnern, dass wir sowas gemacht haben? Puh, ähm, doch klar, im ersten Ausbildungsjahr. Stimmt. In Lernfeld 2, glaube ich, war das. Stimmt, wie war das auch noch? Puh, da fragst du was. Zum Beispiel die Teilnehmerzahl, die Personenzahl abschätzen oder der Termin der Veranstaltung. Daraufhin sollte man berücksichtigen, die Urlaubs- und Ferienzeiten, die Anreisezeit, der Messetermin und andere Termine der Teilnehmer berücksichtigen. Ich schaue eben auf iSurf. Da müsste die eigentlich irgendwo sein. Ich schaue eben. Ah, da ist sie. Ich lade sie eben schnell runter. Ich habe sie, dann können wir loslegen. Ey, super. Die Schickliste können wir als Grundlage von zur Planung nehmen und die entsprechend anpassen. Das war nur eine von vielen Verknüpfungen zwischen Schule und Betrieb. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!